Für den Anwalt Peter Sanderson bestand das Leben nur aus Disziplin und Arbeit. Bis er seine Traumfrau sucht. Sucht da etwa jemand nach Blind Dates übers Internet? Und überraschend... Ich hoffe, Sie mögen Scham. ...seinem größten Albtraum begegnet. Sie sind eine Straftäterin? Ich hab gesessen, Baby, aber nichts aufgefressen. Die Wachplatzbrotfachenspalte aufgelassen. Na ja, hab ich nachgetreten und einen Fisch gemacht. Was haben Sie da gerade gesagt? Gnadenlos. Sie müssen gehen. Übernehmen Sie meinen Fall? Rund um die Uhr. Ich gehe so bald die Sache vom Tisch. Sie ist so gut wie vom Tisch. Mischt sie sein Leben auf? Das ist Hausfriedensbruch. Das ist massenhafter Hausfriedensbruch. Sie konfrontiert ihn. Was ist nur Georgie? Der hat eine Leseschwäche. Mit den nackten Tatsachen. Kör-chen-Größe-F. Wie können Sie ihn nur sowas... Er lest. Schett, was heißt ihr regiert? Dass man eine Regierung hat. Steve Martin. Wissen Sie was? Ich beschaffe ihn wieder. Seien Sie doch mal ein Tier. Ich bin ein Tier. Oh nein. Queen Latifah. Charlene. Ach, machen Sie mir doch nichts vor. Besser! Besser! Haus über Kopf. Betreten auf eigene Gefahr. Auf Video und DVD.